Zwo, drei, Action! Ey, ihr ungläubigen Kaffermissgeburten! Ich mach euch zu schwarze Bohle! Nein, nein, nein! Was soll diese Knarre? Voll nachgebaut, Mann! Die ist wie zu klein, Mann! Ist sie nicht zu klein, Bruder? Sind meine Hände! Ihr könnt ganz einfach verhindern, dass die Bullen euch orten. Ihr esst die SIM-Karte. Kann ich die kochen, Mann? Das sind totale Idioten-Zach. Die können nicht mal einen Tee umrühren, ohne dass die ein Fenster einschlagen. Also, mein Plan ist es, eine Bombe an einer Klee festzumachen. Klee sind nicht mehr unsere Liga, Faisal. Ich folge dem Ruf, Bruder. Ausbildungslager in Pakistan. Still, Watsch! Das ist die Drohne. Wir müssen sie abschießen. Das ist nichts! Es muss Gottes Plan gewesen sein. Ich bitte dich, wie kann sowas Gottes Plan sein? Es kann jedenfalls nicht sein Plan sein, dass du die Jungs mit Barry allein lässt. Wir brauchen kein Lager. Wir sind ausgebildet und bereit. Auf irgendeinem Bergspaß, der uns erklärt, wie man Zünder baut, kann ich verzichten. Denn was wir hier machen, muss in die Geschichte eingehen. Ein Echo für Jahrhunderte. Irgendwas hochbauen. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. Was? Und Salm-Biebmann sagte, wir sollen Bomben bauen. Wir verstecken sie unter den Kostümen Hassans Van. Für den Spendenlauf seid ihr etwas spät dran, he? Ihr werdet euch totrennen in diesen Anzügen, Jungs. Ist ja für eine gute Sache. Aber sie würden nicht hochgehen. Nein, du bist nur verwirrt, Bruder. Bin ich nicht verwirrt, Bruder? Ich habe gerade voll Foto von meinem Gesicht gemacht. Ist 100 pro nicht mein verwirrt Gesicht. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Barry sagt, verschwimmen lassen. Nimm den Karton ab. Ich darf mein Gesicht nicht zeigen. Hey, Bruder, Pfeißer! Spring über die Mauer, Pfeißer! Spring über die Mauer, Pfeißer!